Musik Was soll ich auf einmal was essen? Was haben wir denn hier? Ja, aber keine, ähm, also die Erschöpfung ist nicht hochgegangen. Oh, hier ist schon jemand gestorben, sehe ich gerade. Ah, hier ist so eine Leuchte für Survivalisten hier, ne? Ich glaube, die Licht brauchen. Hoffentlich erfriert nicht unsere Anna. Sie kann auch selber Holz sammeln. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt gleich jagen gehen sollen, weil ich habe keinen Bock, gleich erschöpft, einfach in den Schnee zu fallen. Wir holen es nochmal noch drin, 10 für 5 Minuten. Aber wir haben jetzt knappe 5 Minuten gebraucht, um auf 12 zu kommen. Sollte eigentlich ausreichen. Ja, jetzt sitzen wir halt nur hier fest, ne? Lex, kannst du auch ertragen? Ich glaube noch nicht, mein Freund. Ich gehe mal kurz hier oben drauf gucken, was es da noch gibt. Ey, was machst du da? Who are you? What are you doing here? You've met Anna? Then you are not a complete stranger after all. I'm Robin, by the way. I'm here on a lookout duty. Sheriff's orders. Speaking of the devil, I'm picking up some transmission. Ethan Cain. Ethan Cain. You must send someone to help me find them. I received some signals from few directions, sending you coordinates. Prepare temporary base. And keep looking out for any survivors. Do not leave your post. Over. Can't handle this on my own. We've lost most of our crew. But my fa- I mean, Sheriff Ethan still doesn't know that. Just can't bring myself to tell him. I'm going to need your help with that base. In exchange, I can give you a good weapon. Oh, and the Sheriff gave me the last coordinates of the survivors. I'll send them to you. If you could find out anything more, that would be great. Okay. There should be an abandoned convoy nearby. It's worth checking out, but you need to be prepared for the extreme cold. Okay. Hast du hier noch tolle Sachen? Warte mal, ich guck mal eben. Nee. Scheint nicht. Ich geh mal wieder runter zu dem Ex-Bewohner, der da noch rumlungert. Joa, sieht doch gut aus. Außer meine Erschöpfung. Haha. Und da habe ich da nasse Klamotten oder was sind die Icons da unten links? So, jetzt bin ich ganz am Ende. Ich würde da nochmal vier Stücke draufpacken, glaube ich. Meine Unterkunft bauen, okay. 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 Eine Hasenfalle. Okay, ich habe einen Schlafsack gebaut. Ähm. Ich habe einen Schlafsack gebaut, oder warum kann ich nicht direkt am Feuer? Okay. Ich habe hier aufgeruht. Dabei habe ich jetzt wieder Hunger. Dann gehen wir im Jagen, ne? Aber nicht ducken, komm. Ex-Bewer auch ein Stück Fleisch. Annen gracias. Also. Oder ich habe mich. Mit einem Pfeil Mit dem Meister geht alles besser Oh, ich bin ja überladen Da war ja was Fleisch Verband Ganz ehrlich, dann schneidet Holz weg Ich habe genug Holz hier Ist auch schön, dass man den Weg sieht, den man gelaufen ist durch den Schnee Kann man sich nicht verirren Steinsplitter, okay Okay Okay, das Fleisch nimmt er nicht Gib mir doch das Holz So, dann hatten wir auf jeden Fall noch die Feuerstelle, die wir bauen konnten, oder? Oh, wo finde ich die? So, passt auf, nehmen wir mit Geht zu Anna zurück Weil in den Lagerfeuer konnten wir zumindest was zubereiten 1-0 gegen Holland Nice Weißt du, wer da Tor gemacht hat, Wanni? Anfängerglück Wir l읍니다 Bine Wann Was muss ich denn sekundär machen? Bisschen Fett noch dran? No, ok. Kartoffeln? Ok, das hat hingegangen. Was ist mit meinem Leben? Ich hab Hunger. Warum hab ich das Essen nicht hier, wo ist es? Ah, da. Ah, Mann. Peace. Ich hab's gerade selber verarbeitet. Mach ich, mach ich. So, wir haben uns jetzt erstmal den Wanstier voll, oder? Scheiße. Mein Leben sieht nicht mehr so gut aus. Hm. The next one. Donnie. Die besser. Warum? Das ist ja echt Glückscheiße. Ey, treff ich wegen den scheiß Büschen nicht? Dein Platz. Ah na, ich geb dir mal eben einen Schlafsack. Ich spawne ja gleich wieder hier. Ich spawne ja gleich wieder hier. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. 24 Grad, okay. Das ist nicht wenig. Wie switche ich das denn rüber? Ich spawne ja gar nicht mehr. Ich spawne ja gar nicht mehr. Ich spawne ja gar nicht mehr. Mal gucken, was du gelaufen musst. Das ist ja so wichtig. Ich spawne ja gar nicht mehr. Ich spawne ja gar nicht mehr. Ich spawne ja noch jeden Tag die Frage.